Es ist 3 Uhr, Zeit aufzustehen. Hey, aufstehen! Chase, Sophia, Alette, aufstehen! Oh, hab ich gut geschlafen. Ich bin auch wach, wartet auf mich. Hey, hier komm ich! Okay, Roy, ihr müsst auch aufstehen. Oh, bin ich noch müde. Jetzt bin ich auch wach. Lasst uns zusammen zählen, ob auch alle wach sind. 1, 2, 3, 4 und 5, alle sind wach. Jetzt können wir anfangen, uns zu waschen. Wer möchte als erstes? Ich will zuerst. Und nicht vergessen, Zähne zu putzen. Puh! Alette, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Danke, ich bin auch fertig. Ich will auch, aber ich komme hier nicht an. Ich komme nicht hoch. Okay, für dich habe ich eine spezielle Waschanlage. Schau. Oh, prima. Juhu. Puh, das kitzelt. Das tut gut. Jetzt bin ich sauber. Oh, ich will aber auch die Waschanlage benutzen. Nein, Chase, für dich ist es gefährlich. Na los, ich helfe dir hier. Okay. Valeria, darf ich hier rein? Ja, du darfst, aber zuerst musst du dich transformieren. Juhu, ich auch. Oh, das kitzelt. Das tut gut. Ich bin jetzt auch sauber. Valeria, was spielen wir denn heute? Folgt mir, das werdet ihr gleich sehen. Na los. Juhu, das wird sicherlich spannend. Na los. Heute angeln wir Maschinenteile aus diesem Ballbecken. Oh, wow. Und, hast du schon was gefangen? Ja, Chase, hier ist irgendwas. Schaut mal. Oh, wow. Aber was ist das? Wartet ab, wir sind noch nicht fertig. Valeria, darf ich auch mal probieren? Na klar, Chase. Hier, nimm. Oh. Ich habe aber noch nichts geangelt. Oh, Chase, ich glaube, du hast was. Ich helfe dir. Oh, ganz schön schwer. Ja, Chase, du hast es geschafft. Schau. Ein weiteres Teil. Oh, ich weiß, wo das hinkommt. Das Teil hier? Hm, kommt hier hin. Ja, es passt. Oh, ich will auch etwas finden. Hier, na klar, Sophia. Probier es aus. Du musst es weit werfen. Juhu, gleich beim ersten Fang. Schaut mal. Hm, wartet mal. Ich glaube, das kommt hier hin. Ja, es passt. Oh, jetzt bin ich dran. Haltet euch fest. Schaut mal, Freunde, schaut. Ich weiß sogar, wo dieses Teil hinkommt. Das kommt hier hin. Das habt ihr alle prima gemacht. Schaut mal, unser Bagger. Und funktioniert. In der Zwischenzeit könnt ihr spazieren gehen und ich bereite was zu essen zu. Oh, ich fahre unseren Bagger hier raus. Vorsicht. Hey, Kay, warte auf uns. Lass uns schnell rüberlaufen. Nein, nein, Vorsicht. Na los, schnell, es kommt keiner. Nein, nein. Oh, nein, ich hab's dir gesagt. Oh, nein. Oh, nein. Hey, Freunde, kommt schnell her. Wir müssen helfen. Ach, du Schreck. Was ist denn hier passiert? Wir müssen den Lastwagen wieder aufrecht kriegen. Oh, ganz schön schwer. Ich schaff das nicht alleine. Kay, vielleicht kann uns der Bagger helfen, das wieder umzudrehen. Oh, super Idee, Sophia. Lass uns das probieren, alle zusammen. Sehr gut, juhu. Jetzt fehlt nur noch dieses Teil hier. Auf geht's. Oh. Noch ein wenig zurück, 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 zurück. Ja, da ist super. Oh, prima gemacht. Jetzt müssen wir nur noch den Sand da hochkriegen. Eine Schaufel reicht nicht. Ich besorg was. Hey, Freunde, hier komm ich. Super, Chase. Zu zweit schaffen wir das ganz schnell. Ja, so geht's viel schneller. Ja, so geht's viel schneller. Hey, Freunde, tolle Arbeit. Wir haben es geschafft. Du kannst jetzt losfahren. Wir haben prima zusammengearbeitet. Aber ich hab jetzt Hunger. Na los, lass uns gehen. Ja, Valeria hat bestimmt was Leckeres vorbereitet. Heute bereiten wir eine leckere Gemüsesuppe zu. Zuerst müssen wir unser Gemüse waschen. Das Gemüse ist gewaschen. Und jetzt brauchen wir Wasser. Das Wasser müssen wir aufkochen. Unser Gemüse ist gewaschen. Jetzt tun wir die Karotten in den Kochtopf. Dann haben wir unseren Kürbis. Dann unsere Auberginen. Paprika. Eine Zucchini. Tomaten. Etwas Knoblauch. Und Kartoffeln. Wir dürfen das Salz nicht vergessen. Und jetzt gut umrühren. Mh, die schmeckt gut. Die Suppe ist fertig. Mh, die Gemüsesuppe ist ja lecker. Mh, ich rieche Suppe. Mh, die Gemüsesuppe ist ja lecker. Mh, die Gemüsesuppe ist ja lecker. Oh, ich will mehr. Mh, das schmeckt gut. Rui, es ist Zeit nach Hause zu kommen. Oh, hallo Papa. Ja, ich komme. Danke, Valeria. Tschüss. Tschüss, Rui. Wir müssen jetzt auch los. Danke. Tschüss, ihr beiden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Hallo, danke, dass ihr dieses Video geschaut habt. Nicht vergessen, drückt Gefällt mir und abonniert diesen Kanal. Es ist 3 Uhr. Zeit aufzustehen. Kinder, steht auf. Tayo, Jet, Sky, aufstehen. Oh, bin ich müde. Ich habe so gut geschlafen. Ich bin wach, ich bin wach. Hier komme ich. Hey, Freunde, ich bin auch wach. Sally, du musst auch aufstehen. Ich komme ja schon. Lass uns zählen, ob auch alle wach sind. Eins, zwei, drei und vier. Alle sind da. Aber normalerweise sind wir doch fünf. Fünf. Fünf? Und wo ist der fünfte? Ich bin hier. Juhu. Ich bin schon lange wach. Juhu. Ah, da bist du, McQueen. Jetzt sind wir vollständig. Jetzt ist es Zeit, uns zu waschen. Wer möchte als erstes? Oh, ich, ich, ich. Du bist fertig, McQueen. Jetzt bist du dran, Tayo. Ah, das kitzelt. Ich kann mich alleine waschen. Juhu. Oh, erfrischend. Ich komme auch. Warte, Jet. Oh, schön warm, das Wasser. Sally, du fährst noch. Oh, ich bin sauber. Valeria, was spielen wir denn heute? So, ihr beide seid fertig. Ich zeige euch jetzt, was wir heute spielen. Hm, was wird es wohl sein? Das kann weg. Und heute spielen wir mit dem Zementfahrzeug. Oh, cool. Das wird sicher spannend. Schaut mal, dieses Fahrzeug hat sechs Reifen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Oh, wow. Und was macht er? Das Kraftfahrzeug hier mischt Zement. Ich zeige euch jetzt, wie das geht mit Play-Doh. Und Play-Doh kommt jetzt hier rein. Jetzt kommt unsere Knete rein. Und das geht jetzt zu. Jetzt drehen wir ihn um. Denn hier kommt unser Zement raus. Oh, wow. Das ist ja prima. Schaut mal, was ich gefunden habe. Ich habe eine Schubkarre. So, unser Zement ist fertig. Und was machen wir jetzt damit? Wir legen das Zement jetzt auf den Boden und dann rollen wir hier mit drüber. Oh, ist ja ganz schön schwer. Alles platt rollen. Schaut mal, wer möchte das hier machen? Damit können wir Pfötchenabdrücke machen, Fußabdrücke oder Handabdrücke. Oh, ich will das ausprobieren. Oh, ich will das ausprobieren. Bitte. Dafür benutzen wir die hellblaue Knete. Na los, Jet. Oh, super. Das macht sicherlich Spaß. Aha, schaut mal, die Fußabdrücke. Oh, Jet, ich will das auch ausprobieren. Ich möchte aber Handabdrücke haben. Ah. Ha, schau mal, ich habe das auch geschafft. Super sieht das aus. Prima gemacht. Und damit keiner auf dieses feuchte Zement tritt, bauen wir eine Barriere. Dafür nehmen wir die orangene Knete. Schaut mal. Damit können wir jetzt die Seite absperren hier. Steht super hier. Ah, jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Das hat super Spaß gemacht. Es freut mich, dass es euch gefallen hat. Ich bereite jetzt was zu essen zu und ihr könnt spazieren gehen. Puh, lass uns spazieren gehen. Au, au. Au. Oh, das ist ja eine riesen Baustelle hier. Oh, schaut mal, wie viele Ziegelsteine. Da können wir sicher was Cooles draus bauen. Super Idee, Tayo. Aber was bauen wir denn? Ich habe eine Idee. Wir können ein kleines Haus bauen. Super Idee. Lass uns ausprobieren. Na los, sammelt alle zusammen. Hier, Freunde. Ich bringe Zement, damit die Ziegelsteine auch aufeinander kleben bleiben. Ah, das kommt da drauf. Und ich bringe den nächsten Ziegelstein. Der kommt hier drauf. Ich bringe den nächsten Ziegelstein. Oh, das sieht schon prima aus. Oh, aber uns fehlt noch ein Dach. Keine Sorge, Sally. Hier komme ich. Ich bringe das erste Stück hoch. Wartet, ich helfe auch mit. Oh, ganz schön schwer. Ha, unser Hunde- und Katzenhaus ist fertig. Da muss aber noch eine kleine Decke rein. Damit es auch schön kuschelig bleibt. Miau. Habt ihr das gehört? Miau, miau. Oh, du kleine Katze. Komm mit, wir haben ein Haus für dich. Miau, miau. 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 Juhu, juhu, du hast ein Häuschen. Oh, Freunde, mein Magen knurrt. Ich hab Hunger. Lass uns was essen gehen. Ja, warte auf mich, Jet. Ich komm auch. Heute bereite ich leckere Kekse zu. Und dann nehmen wir unsere erste Form. Hm, welche nehmen wir? Die hier. Der erste Keks ist fertig. Jetzt nehmen wir eine andere Farbe. Hm, den Stern. Hm, ich glaube, ich mache noch einen zweiten Keks mit dieser Farbe. Dafür nehme ich das Herz. Jetzt nehmen wir die blaue Knete. Hm, hierfür nehmen wir den Mond. Und wir machen hier noch einen Stern drauf, denn wir brauchen fünf Kekse. Ich hab noch was Spezielles. Das können wir auf die Kekse streuen. Das kommt jetzt auf meine Kekse. Dann nehmen wir noch eine andere Farbe. Hm. Die Kekse müssen jetzt in den Ofen. Ich hole das Ofenblech erstmal raus. Und da kommen unsere Kekse drauf. So, die Teller sind auch schon bereit. Unsere Kekse sind fertig. Wie riechen hier lecker. Wie riechen hier lecker. Hm, das riecht hier lecker. Oh, Kekse. Hm, ich liebe Kekse. Hm, lecker. Hm. Hm, lecker. Guten Appetit. Esst schnell auf. Eure Eltern sind schon da. Sky, es ist Zeit nach Hause zu kommen. Ja, Mama, ich komme. Danke, Valeria. Tschüss, ihr beiden. Oh, ich muss auch los. Tschüss, danke. Ich komm mit, warte. Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.